Hey Sahneschnitten, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute steht ein Raid auf der To-Do-Liste. Und nicht nur irgendein Raid. Unsere stärksten Konkurrenten auf dem Server werden heute angegriffen. Sie bebauen den grünen Obi und sind quasi nie offline. Dazu kommt, dass sie, genau wie wir, einige Ryognatas besitzen und wir leider nur eine begrenzte Anzahl an Stegos mit guten Sätteln. Es wird also ein langer und zugleich vorsichtiger Raid werden, wo beide Tribes versuchen, dem anderen seine Ressourcen zu ziehen, um am Ende die Oberhand zu gewinnen. Da ich erst später dazu kam, fehlen mir noch einige Tank-Dinos. Diese wachsen jetzt gerade erst aus. Und da sonst eh keiner was trifft, bin ich heute mit unseren guten Fabys unterwegs. Und wie der Raid so verläuft und welches Ende er nimmt, das zeige ich euch jetzt. Ein Like und ein Abo wäre wie immer zuckersüß von euch. Viel Spaß mit der Folge. Let's go! Ja, die hören das und sehen das auf jeden Fall. Ich hab schon Foundations ein bisschen in den Gang da rein. Das sind wichtige Foundations hier. Hier hinten fehlt irgendwo was. Ich guck, warte mal. Pt fliegt aus. Pt kommt. Quetz kommt, Argy kommt. Okay. Kommt. Argy fliegt direkt über mich. Ja, ich kann's ja nicht mehr aufheben. Ja, ich kann nicht mehr aufheben. Kannst du vier Placen. Ich glaube, ich mach jemanden. Doch, konnte ich. Hör mal. Argy checkt, die Foundys. Argy placed nach. Argy placed nach. Kann ich, können wir jetzt? Soll ich jetzt? Kann ich auch noch aufheben? Ja, geht, geht, geht. Ich zieh mal hier gerade durch. Nein. Also warum es geht auf der Struck? Der Tier ist auf Struck. Ah, ja, ja, ja. Hier wurde eine vergessen. Ja, holy shit. Ich kann über weit vor. Achtung, Argy, Argy, Argy. Pt auch. Oh, ist auch den Schally, Alter. Ja, ich weiß. Ich hätte gewartet jetzt auch, aber nee. Pt hat drei Hits, ja, halt ab. Argy kommt für Sunfix, glaube ich. Ja, plays nach, konstant. Ja, ja. Können die halt jetzt übel beschäftigt halten, wenn wir jetzt halt konstant einfach alles mögliche anschießen. Ja, macht das, macht das. Ich blow gerade noch. Pt? Bei wem die zurück? Besser als ziemlich bloody. Pt kommt von rechts oben. Ja, I see. Ja, den Pt zu hitten bei dem Leg ist doch gottlos. Abgehört auch super bloody. Der Naked-Player da vorne, das ist einer von uns, nee, ne? Die sind nicht naked. Der hat ein Prozent von Foundations? Okay, der ist doch nicht naked, der hat doch wieder flackern. Der eine Archie ist super bloody. Da playst halt einer links gerade die ganze Zeit was auf dem Boden. Ja, aber ich, also ich pushe ja gerade trotzdem so. Archie-Player links? Ja. Das ist ein neuer Archie. Ich bin mal nicht um die wieder viel mehr künst. Garde wird gepickt. Ähm, Pt hinter uns rüber? Ja, grabelt, ne? Das war nicht. Fein. Oh, noch. Ah, der Typ ist zu schwer, ich kann den nicht tragen. Ja, ey. Sonst wäre der tot gewesen. Hier kommt mir noch ein Player entgegen. Im Ground. Der hat irgendwo links hier irgendwie Action gemacht. Ich bin gleich bei dir. Soll ich sein? Ne, okay. Das ist Ground. Ladys, ich hab noch 120 Schuss, ich laufe mal einmal auf die andere Seite und gucke, ob ich von da aus irgendwelche Viecher finishen kann, ne? Mach das. Pantix. Hm? Wir haften den dritten Channy. Sorry? Warum move'n wir nicht den CP nach vorne? Oder wir müssen halt alles nach vorne move'n, ja. Da brauchen wir ja gleich irgendjemand, der mitkommt. Weil wenn die irgendwo ein oder dahinten schon am rumlaufen war, ist eben nicht alleine Zeug aufzuheben. Aber das war doch lieber von denen da unten am rumlaufen. Doch, irgendjemand hatte mal das links unten am rumlaufen. Das war ein random ART. Ach so. Dann war der war. Aber trotzdem, die ganzen Tales hat vormoven, ist halt so eine Sache. Ja, ja. Könnte ich dir helfen. Da ist ein Player neben uns? Oder? Quetz tot! Was ist das? 217 war der. War wahrscheinlich Full-Wild-Wing-Farming. Hier vorne liegt auf einer Foundie, Mieschi C4. Ich mein, warte kurz. Geh mal weg. Da, auf der Foundie liegt C4 drauf. Ich weiß nicht, ob unsers oder... Arji, komm! Arji, komm! Arji, komm! Ah, Bumbo. Ähm, du hast eine vorne vergessen? Ich geh für die. Wir haben auch rechts an der Kante noch überall Foundies, ne? Lol, ich kann die übel weit vorblazen. Ja, wir haben gerade... Rino, Rino, Rino! Oh, ne, das ist so. Ich kann hier... Lol. Das ist perfekt für uns. Und die, bevor der Nacht streamt hat. Oh, da unten kannst du relativ gut rauslaufen. Kann irgendjemand kurz hier auf die Rino gehen? Und PWA töten, bitte? Ich kick halt keinen perfekten Hit auf diesen PT. Ich hab ihn zweimal gehittet, aber das reicht nicht. Arji tot. Okay, perfekt. Und Teamwork. Arji tot. Nice. Kenteri? Soll ich ihn direkt mal nach vorne nehmen? Wo ist Gas Mask? Die grabben sich gegenseitig durch die Base irgendwie und setzen sich auf die Pillar hoch. Die basteln da um, glaube ich, gerade schnell irgendwelche Turrets hin. Oh, ich muss hier weg. Den Schuss hat der Typ gesehen, glaube ich. Und ich will ihm jetzt zu Bionis auch ungern meine Fabi schenken. Ach ja, Thema Schenken. Ho, ho, holy, ihr Weihnachtsschnitten. Mein Partner Holy hat mal wieder was Neues für euch. Passend zur Weihnachtszeit gibt es limitierte Weihnachtsflavor. Zum einen kennen die Stammzuschauer unter euch vielleicht noch den Baked Apple Bowl aus dem letzten Jahr. Der Energy mit weihnachtlichem Apfelgeschmack. Und dieses Mal ganz neu dabei der Eistee Winterpunsch. Süßlich erfrischend, genau richtig für die festlichen Tage. Beide sind dabei auf die Weihnachtszeit limitiert. Und alle, die Holy mal ausprobieren wollen, gehen natürlich wie immer nicht leer aus. Das X-Mess Starter Set mit einer 14er Box Energy Proben und 14 Eistee Proben inklusive Holy Shaker ist da perfekt. Für 34,99 könnt ihr euch durch die gesamte Holy Palette durchprobieren und euren Lieblingsgeschmack für euch herauszufinden. Und vielleicht wollt ihr euch selbst oder eure Liebsten sogar noch etwas von Holy zu Weihnachten schenken. Dann hier ein Tipp. Bestellt bis zum 21.12. um 13 Uhr, damit das Ganze noch rechtzeitig ankommt. Um sicher zu gehen, am besten sogar noch etwas eher. Ansonsten hat Holy auch eine Menge andere Packs, Flavor und Geschenkgutscheine für euch bereitgestellt für die Weihnachtszeit. Checkt einfach mit den ersten Link in der Beschreibung aus und schaut euch einfach mal um. Vergesst dabei natürlich nicht meinen Rabattcode GATO5 für 5 Euro als Erstbesteller oder Code GATO für 10%, wenn ihr bereits Kunde seid. So, ich mache mir jetzt den Shaker fertig und für euch geht es weiter mit der Raid-Action. Ich sehe noch einen P-T, den ich eventuell noch kriegen kann. Da muss ich mir aber wieder einen anderen Winkel suchen. Das können die auch nicht so schnell umstellen. Ist das leer? Nein, nein. Also, wie komme ich an diesen P-T dran? Das ist halt schon irgendwer, wenn man es von da saugen kann. Ist die Tüler immer noch vor? Zwei Tülers? Ok, sie machen Tülers ready, keine Ahnung. Ja, ich fehl die halt. Kommen die vor vor oder nicht? Naja, also der erste Tüler ist runtergesprungen. Okay, fehl die meine ich. Einer ist auf dem Arji, einer ist auf dem Tüler, einer ist an der Base. Drei Leute sehe ich. Wo ist der Tüler? Kommt jetzt nach vorne, ist jetzt gleich vor euch. Ah, Benni, denkt dann, dass da Tech Turrets sind so. Ich kann auch einen Arji eventuell rausnehmen gleich, wenn der Tüler sich da verpisst. Der Arji bei dem Tech Turret, ähm... Kann jemand noch den Arji ganz oben auf dem Pilaten, der gemeint? Bist du tot, oder was? Ja, hab ich noch gehandelt. Irgendwo fliegt noch ein Arji rum und die haben mit Sicherheit noch mindestens drei oder vier in der Base, die ich durch die Wand sehen kann. Der ist noch ein Arji unten, also direkt so ein Arji. Äh, Meno, wo bist du? Äh, bist du mein Arji? Freunde, guck mal meinen Stream, ich seh den Jenny, den Tech Jenny, der da unten steht. Den die nachgeplaced haben. Der steht direkt unter dem Karcher-Bein, hinter der Tüler. Den sieht man hier, bei mir. Haben die oben auf dem, äh, auf dem Pillar Heavis, Humber? Oh, der Arji kommt in meine Richtung. Ich bin weg, ich hab keine Ahnung mehr. Hm. Ich schlieb mir was mit, ich hab mal 60. Oh, ich... Die Frage ist, was nehme ich jetzt für eine Fabi mit? Bin verbrochen, da sind ja noch mehr. Ja, dann muss ich eine Cap Fabi mitnehmen. Das ist tot, oben ist leer. Ja. Ich will denen halt hier hinten keine Cap Fabis geben. Ja, dann chill. Ich müsste halt 500 Poly investieren, um diese Fabi zu reparieren. Arji kommt. Haben wir nicht. Arji? Eben, haben wir nicht. Die Frage ist, fange ich an den Karcher zu bearbeiten. Den können sie eigentlich nirgendswohin stellen. Dann laufe ich einfach hinten komplett rumrum und bearbeite den Karcher konstant. So haben wir den Diadon stehen. Macht schon weiter Action, der Karcher macht gleich einen Abgang dann. Okay. Ja, das hat schon sehr bitter, dass der Scheiß-Force wirklich funktioniert. Karcher-Walls, let's go! Mal einmal ganz groß machen, nochmal wieder klein oder? Keine Ahnung. Aus und wieder an. Karcher, tot! Karcher-Walls. Ich muss mich übel darauf konzentrieren, wenn ich einmal einen Engel hab, die Maus stillzuhalten, ne? Ja. Das ist ja easy. Wieder tot. Nice. Rhenyo von denen kommt raus. Ah, fuck. Gehört? Ja. Now it will be interesting. Now the real fun begins. Check Level. Oh oh. Rhenyo geht für mich. Bob! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh oh, ich hab mehrere Leute hinter mir gerade. Und ich rubber bände. Ja. Ich bin gepickt. Und nicht gepickt. Viel Glück. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr mir mit unserer Rurino gerade helfen könnt, eventuell. Hier hinten. So weiter noch in die Richtung. Ich hab halt gleichzeitig noch einen RG hinter mir. Wo steht der TP unten? Ah, da. Na komm. Ich hab noch einen RG hinter mir. Wo steht der TP unten? Na gut. Der PC würde mich nicht tragen können, oder? Na ja. Der PC wird mich nicht tragen können. Aber er kann mich halt davon abhalten. Verbi den Piep. Okay. Ich hab keine Verbi. Ich hab nur noch Compa Bord dabei. Ah, okay. Also, vor RG ist kein Problem. Rhenyo wegkommen ist böde. Drei Hits runtergedrobt. Hallo. Bonjour. Die sind dadurch mit zwei Rhenyos, oder? Ne, ne, ne. Und so Ray ist da wieder? Ja, aber ich. Compa Bordi Rhenyo. Ja, nice. 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 LoL. Ist sie tot? Ja. Oh mein Gott. Ich höre aber immer noch ein Flattern. Von der Rhenyo. Ja, das bin ich. Ja, ich bin aber hinter deren Base. Also. Aber ich hab mit mehr. Also, es kann schon sein, dass sie auch mehr haben. Ja, da ist noch eine Rhenyo in der Base. Ich seh da Flügelschläge. Dann ist die Seite durch. Ja, ich weiß ja nicht, ob die schon ausgewachsen ist, oder nicht. Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Thüler tot. Ich seh noch zwei Thülers. Allerdings steh ich hier in einer sehr bescheidenen Rosi dafür. Die haben schon ein paar Feilers, so ist nicht. Ja gut. Drei weniger inzwischen. Also, die hatten am Anfang, wo wir das erste Mal da waren, wo wir da... Diesmal hatten wir die vier Thülers. Und es waren ein paar Tage so. Ja, ja. Ja, wie gesagt. Einige sind schon tot. Zwei seh ich noch. Nächste Thüler tot. Ich krieg dich, was du... Kann heilen. Ah! Peti bei mir! Ah, der bledet. Hm? Du dead? Hab voll... Leider zu schwer für dich. Soll ich den Schläge? Soll ich den Schläge... Ah ne, das ist ein Bear Trips. Keinem. 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 Ich mach hier grad ein Duell gegen einen Player, weil wir am Ground. Als mir irgendjemand helfen würde. Bring dich. Möchte ungerne jetzt ein Buller-Duell gegen den Typen machen. Ich würd erstmal kurz auf den Archie scheißen. Wenn der ja auf Ground ist, dann beiß ich den einfach. Ja, der Raptoren hat der hinter sich. Kannst du ping? Ja, er rennt jetzt irgendwo da oben rum. Ja, der Stego. Ja, ich hab ihn... Aber meint, hier wieder beim... Ne, das ist ein Raptor-Baby. Ja, irgendwo da oben, wo er rot ist. Ich denke, der hat sich verpisst, oder? Ja, egal. Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat seinen, äh... PT geintet. Von daher, alles easy. Ja, das ist schön. PT. Seine Mission jetzt... Er peigt mich. Okay, ein Spieler hat sich jetzt die Mission gesetzt. Er schleicht mir jetzt hinterher und will mich gröbeln. Und natürlich musste sich wieder ein anderer Tribe noch einmischen. Während des recht ausgeglichenen Raids kommt ein anderer Tribe und greift nun unsere Farmbase an. Ähm, wenn du auf die FOP guckst, guckst du links von hier. Das ist unsere... Ja, wie gesagt, wo ist die FOP? Nochmal die Frage. Ja, ping. I do not... Boah, ich würd legit warten, ein bisschen durchziehen, oder? Äh, Rumbo, was machst du gerade? Äh, zwei Player, äh, links... ähm... Ähm... Bist du fein? Oder nicht? Ähm, die Plays sind C4. Ich hab irgendwie reingebatchet. Also ich bin erstmal noch fein. Hier haben wir oben wieder Heavys geplaced. Bis hier halt eine Dinges-Plays, I guess. Bis hier halt Giles-Brainage stand. Dann posse ich. Nicht den, der es gewollert. Nimm den anderen, nimm den anderen! Nimm den anderen! Er ist tot. Archie kommt. Ich kann den nicht take on, der ist zu schwer dafür. Du hast... also ich cover dich. Ein Groundplayer ist vor dir, ansonsten machen die gar nichts weiter. Also da ist der Nächste. Eine Push links hoch. Hab die wichtigsten Sachen. Hast du eine Wernpfade? Nene. Okay. Oder? Dann sind das aber doch ein paar mehr. Weil wenn da einer auf der Rhino, einer auf der Archie... Das sind vier oder fünf Leute hier. Ja, dann ist das hier Full Tribe eigentlich schon. Ja, klar. Also. Charzi, hast du Zeit ein bisschen... Munina an der Moment, du liegst hier rum? Ja, ja. Ich hätte mich nicht da weg-tippen sollen. Ich hab grad nur... Ich hab grad 1000 Bulls in das eine Heavy gepackt. Ja, Benihil, du die hier grad... Ja. Wenn ihr da jetzt die ganzen Viecher weg packt... Braucht ihr mich dann da? Oder kann ich hier Snipes Support geben? Weil... Wir werden die dann eh nicht pushen. Wenn die da zu viel oder zu fünften in der Rhino sind. Ich nehm mal hier aus dem Kipp der Drills. Und das LG wechsel ich. Ja, ja. Ich pack Tech Drills ein. Es kann halt sein, dass ihr einfach... Also die Viecher... Kann auch sein, dass du stript. Aber das... Pack halt erst die Viecher weg, bevor du Zeug anmachst. Ja, ja. Man kann's sagen. Porte erst die Viecher raus und dann pack ein. Ja. Viech kommt wieder. Viech kommt wieder. Was? War das ne... Warum nicht, Sontix? Das war ich. Was? Der Umwurf. Das war ein Alpha-Move. Sontix, Respekt dafür. Sieht gut aus. Hast du das gezündet? Jaja, ich hab das gezündet. Ich hör grad den Typ reden. Klingt nicht sehr nett. Ja. Willst du den Typen noch looten? Was sagt der denn? Kannst du das wiedergeben? Boah, können sich die Player mal normal bewegen. Das ist ja wirklich... Die werden das jetzt abreißen, oder? Ja, soll sie. Achso. Das heißt, wenn die das abreißen, drop drum, wo ist der Hut, dass er wahrscheinlich fein ist. Ja, der kann vor allem mit dem Rocket Launcher einfach das Heavy kaputt machen dann. Ja. Ja, und da ist abgerissen. Und jetzt schieß auf den Boden, gib ihm. Ja. Dieser Player hättest du da. Oh, ein bisschen. Wait. Du sagst ihm, du, umfallen wollen. Scheiße. Das ist fast kaputt, fast kaputt. Äh, nein. Der Rocket Launcher. Wie die Turrets vor allem mitzappeln ist eher das Ding. Ja, Turrets sind ein bisschen schwierig für Turrets. Du bist aber fein, oder? Ja. Leute, das sieht man mit einem normalen Spike, das ist jetzt AP und alles. Äh, ich hoffe, das war einer von denen. Aber ich hab rote Hitmarker gekriegt. Ähm, Leute, da unten liegt ein Player tot. Mit einer Shotgun im Inf. Könnte er eventuell grappeln. Er wird überleben. Ich hab keine Ahnung. Er ist tot, Benny, ne? Achso. Und du läufst dahin. Okay. Pass auf, Bärenfalle, ne? Ja, ich hab's gesehen. Aber ich seh gleich. Ah, doch. Also grad zauke ich einfach. Aber das Heavy hätte ich überleben. Keine Ahnung wie. Ja, das Heavy sieht sehr dunkel aus. Ja, ja. Das ist, die Pumpgun war, glaub ich, ne Assault Rifle. Ja, aber passt. Ja, das ist eigentlich so sehr dunkel. Das hat fast 9000 AP. Find's gut, wie der Typ neben dir steht und nicht so richtig weiß, was er mit ihm machen soll. Er hat nen Grappling-Hook dran. Er gibt sein Bestes, okay? Ja, der hat mich gewaid grappled. Ja, hab's ja nicht gewaid grappled. Er duckt sich halt immer wieder. Ich hab' gerade deinen Schwanz beim Impalen getroffen. Nee, er ist das nicht. Kannst du ihn mal pingen irgendwo? Nein, bitte nicht. Dann seh ich ihn nicht. Ja, er bewegt sich halt so. Okay. Er hat einige Hits drin. Wenn der keine Ersatzflag hat. Jetzt hat er tagtabel halten bei der Spock. Ich geh mal hinter mir. Ich hab' ihn zu sehr angehauen. Ja, er hat keinen Bock mehr. Ich hab' ihn zu sehr angehauen. Ja, ja. Der ist naked. So dumm. Also, legit, nehmen wir ihn. RG-Player geht für dich, Benni. RG-Player geht für dich, Benni. RG-Player geht für dich, Benni. Wissen wir das Ding. Wissen wir das Ding. Wissen wir das Ding. Das tankt halt grad komplett. RG-Tot. Wieso kommt das nicht? Ja, das hat schon noch ein bisschen HP, I guess. So weit, das zieht mir mal, glaub' ich. Wahrscheinlich sogar recht schwer. BT-Tot. Das ist halt, also, ich hab' das Gefühl, in dem Moment, wo du als Renewal Damage bekommst, kannst du nicht vernünftig hitten. Epic. Aber deren Stego macht auch nicht mehr so ewig. Er ist auch schon unter Hälfte. Ich kann den Bloody absolut nicht hitten. Ich glaub' ich hab grad den Player noch nach oben getötet. Ja, ja. Ja. Der Player oben bei den Turrets mit Combo-Bow ist auch tot. Ach, jemand die Grünen gewissert? Ja. Okay. Junge, die sieht halt wirklich so aus, als wenn die jede Sekunde einfach stirbt mit diesen Farben. Ja. Hast du den Stego impaled, während du, während du 400 Meter von ihm wegstehst? Wenn endlich alles. Ähm, wir machen keine Cage-Sachen, oder? Nee. Warum wird der abgeschossen? Was hab' ich? Der Player wird abgeschossen, ne? Ist der Türlader? Nee, hab' ich nicht. Ich top' den einfach von weit oben, dass er Voll-Damage bekommt. Oh, mach. Und absteigen los. Der steigt ab, der Typ, der steigt ab. Jetzt kommt der Player halt eventuell weg. Oh. Oh, krass, dann zieht's der Sattel. Benni aus den Rockets noch, nehmen quasi das Heavy dauerung. Ich glaubt hier runter. Der ist nicht der, da. Das haben irgendwie auch nicht. Ich bin übrigens sehr knapp verhalten. Hast du ihn grad gehinged? Wie heißt der minister weg? Wo ist der? Wöcke flogen, keine Ahnung. Seh' ich nicht mehr. Hat der vor allem den Sattel eventuell sogar abgezogen gerade? Nee So, ich geh mal den Tüler holen LOL Okay Das ist so dumm Was wird das aus? Der Pop-Kont Er ist stuck Er ist stuck I got it, my friend Hi Das droppen, oder? Dann schlippt er doch einfach Der Pop-Kont Jetzt kommen die mit Teri an, oder was? Ja, die denken mit Teri-C kannst du Der Enten den Stegel Rider ausknocken Was soll das denn? Ja, der kriegt noch bei Contacturals Ja, hab ich gesehen, aber was zu einem Du lach Ja, ich weiß nicht, wann das hier ist Ja, weiß ich auch nicht Ja, weiß ich auch nicht Sitzt der Typ noch drauf, oder ist er weg? Gut Warte mal, ich geh ganz kurz den Loot holen Warte mal, ich geh ganz kurz den Loot holen Und so ging das Ganze nun einige Stunden weiter Unser Ziel war es, sie quasi bewegungsunfähig zu machen, indem sie einfach keine Thames mehr übrig haben Leider spielte die Zeit dabei gegen uns Während die Gegner immer mehr wurden aus irgendeinem Grund Und mussten wir uns Leute zeitnah leider offline Eigentlich könnte ich irgendwie auch was essen Nee, nee, nee Geht jetzt nicht alle was essen Wir machen jetzt hier Progress Sockt euch ne Scheibe Brot und lutscht die nebenher Dad Gönne Shotgun Gönne Shotgun in Point Weil wir einfach in der Luft schon beim Popcorn gestorben sind Ja, also das könnte durchaus interessant werden Oh, Kompo, oh, Shotgun Oh, du bist ja zu ein Ehrenvoll Was hatte der für Flak an? Weiß ich nicht, ich hab seine Leiche nicht gesehen Äh, die Leiche liegt heute vorne an einem Heavy Die vordere Metal Wall Äh Quasi zur Base hin geneigt, hat 4,9 Das ist sogar actually Das ist keine Metal Wall, das ist ne Tür Guck, Stream Das ist, das ist diese Secret Door Die die da gebaut haben Da steht zwar Metal Wall dran, aber sie hat nur 6,2 Und was ist damit? Ja, die hat nur 4,900 Das sind 2,4 Was? Hat er doch gesagt, aber nicht repariert Das sind 2,4 auf der Seite nur, die du schnell placen musst oder so Oder theoretisch kannst du sogar fast überlegen, ob du das mit Rockets aufmachst Du hast Vision, dass du kein Bier und Pflanzen Aktuell ist keiner dran Aktuell ist keiner dran Es gibt ne Vision, dass du keine Pflanzen hast? Ja Ja, das ist die Ach, das ist die neue Unterwasser Vision? Ja Keine Pflanzen Keine Tinte von Squid Kein Bier Noch scheint dich keiner so richtig zu bemerken Doch, hier ist schon einer Ja, aber das Theri ist da nicht Das Theri haut weiter auf Rumbau ein oder so Es schaut ganz gut aus, wenn die da gerade macht Not gonna lie Ja Ah, desink Äh Minimal höher schießen? Wenn der keine Structures dabei hat, haben die ein Problem Läuft zu dir, glaube ich, das Theri jetzt Ja, Theri kommt jetzt und wird sich davor stellen Ja Kann's nicht Theri ist gleich gone Ja Theri ist gone Wir paniken auch Doch Scheines Schein, oder? Ja, wir waren Viel Ehele, ne? Die sind zu viert online, glaube ich Ja, die sind zu viert online Ja, die sind zu viert online Die sind zu fünft Guck ich aber eigentlich die Chance mehr raus Ja, oder? Weiß nicht, ob du gleich das Theri empasten kannst Da vorne noch gepowered ist Also ruch mal im Pale gleich Ja, ja, ist schon Ich helf dir Ich denk, dass das Theri ist Ah, jetzt die Pflanze konnte weg Das Theri ist immer noch im Pale ist Ja, das Ding umgehört Ja, ja, ich snipe die ganze Zeit Ja, ja, ich snipe die ganze Zeit Das sollte sterbentod Dann Mach hier unten direkt Pflanzen noch weg Eine zumindest Ich kann schon mal zwei, drei Heavys wegmachen Das Problem ist halt wirklich mit dem Spam Wir kommen irgendwann nicht mehr weiter Wenn wir halt den Spam auf der Innenseite der Pillar clearn müssen Ja, aber dann sind wir fein Also wenn wir bis dahin Töne Cover haben Die Pillar clearn und generell danach die Innenseite wird halt super stressig Ja, und Nudeln sind in drei Minuten fertig, so lange kann ich noch auf irgendwen schießen Nehmen wir uns dann da gleich Ich saug die Konstruktion, die er von oben ballert gleich einfach Ah, ich seh's gerade Strong Geh' für Tüler Geh' für Tüler Das ist ja von Turrets töten nur Da kannst du auf den Tüler Da kannst du auf den Tüler Lass ihn nicht wieder rauslaufen Okay, ist tot Oh Gott Finally Schwere Geburt hier Ja Wollen wir noch Cakes drin? Ne Argy linke Seite Und immer noch zwei Argies Weil du springst da selber rüber Jetzt kommt der Argy halt instant Man steigt aber ab Man steigt aber ab Rocket Park Ich hab Drei mal Rocket Litch gehabt Ach, come on Kriegt ihr die gewisselt oder ist die gewisselt? Ach, ich bin gemuted Du bist gemuted Die Reno muss gewisselt werden Komm, gefinkt Ja, versuch mal die Reno zu wüsseln Haben wir da Scheißflag in den Walls vorn drin? Zum Teil? Kann sein Weil meine Flagge ist so wie die drei Schüsse kaputt gegangen Nee, bisschen vorn, rechts Ja Richter oben runter Ja, was? Vorne, rechts, ober, runter Hä? Ich hör einfach gerade komplette Eskalation auf die Reno Ja, die ist sowas von Blau ist gleich dead Was ist los? Ich hab sie gewisselt, aber Die haben gerade alles angeschaltet Ja Ja Problem ist, sie kommt halt gerade nicht auf Follow Komm schon Ja, die, die, die Tollt den Follow Ja, bei dir Ja, ich grab mich mal eben hoch, dass sie höher fliegt Ey, warte, stopp, stopp, stopp Ich hab sie gewisselt, ich hab sie raus Die ist draußen Das Die ist noch auf dem Hälfte ab Die hat noch 5k Die ist sicherlich nicht auf dem Hälfte ab Die ist no Wow Erstmal ist die Rube Ja, pack sie mal weg, weg Hm Die Fnets fliegen nicht mehr Erste Spieler grabben, der liegt zwischen den Zwischen Gates Rechte Seite von der Öffnung, zweites Gate Wenn du Gravel hast, kannst du ihn rausziehen Ja, das sah gut aus Ich glaub, bisschen kürzer Aber Gravel buggt halt auch manchmal, was Leichen angeht Ich bin Ein Player hinter dir Ist das Ist das Bola? Nee, ich war over Eincompert Ja, da ist der Nächste Den kannst du auch noch looten Ich glaub den Scheiß seit eben und loot den halt for real auch noch Da kommt der Nächste raus, auffassend Der läuft zwischen die Gaines gleich, den werd ich nicht haben Ja, die haben halt alle Stone dabei Den darfst du nicht take on Nimm nur die wichtigsten Sachen weg Gravels, Nades und Flak Alles was Metal kostet Da ist der Nächste Da ist der Nächste Links Ja, genau Da ist der Nächste Da ist der Nächste Sind beide Heavis weg hier? Ja Ja, nur noch eins rechts von dir Ja Ich vertraße danach, mach fürs Ziel den Archi, ich glaub keinen Ich glaub ich kann Ich bin mis-over-encompert Maybe hab ich einen von dir drei Aber Ich weiß es nicht Na na na, aber Oh wait Ich knock gleich aus, weil Wasser Ich muss mir eben Wasser holen Ja, können Lockets holen Ja, ich bin knockout Bist du safe? War fein, ja Also ich schweb mit unserem TP basically Okay Archi schieb Rumbo runter Ja Oh, gefährliche Kurve Da bist du unten Aber ich will ihn eigentlich immer raus Ja Wir stehen jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5 Mann und Kombombos da Keiner von denen schießt auch mehr auf mich zurück Die können sich halt auch keine Fabi mehr leisten Pety kommt raus Pety fliegt hinter die Base Da bin Pety aufpassen Pety kommt zu dir, Pety Lass mich einfach da raus, dass ich Stego Willst du ein Rumbo? Nice Pety lungert unter der Brücke Jetzt ist er über der Brücke Okay, er ist von den Scrap gegangen, wo keiner mehr war Okay, ich glaub ich gab es hier vier geplaced am Boden Pety-Player ist irgendwo links I don't know Ich muss jetzt da mehr Laden rumholen Dann wirklich Aber wichtig da oben die Turrets wegzudroppen Das ist schon mal dick Ne, die waren leer auch schon wieder Das ist, also die haben keine Armo mehr Das ist egal, es sind Turrets die kaputt sind Ja, ja, ja Klar Hauptsache, Hauptsache weg Die machen alles weg Aber trotzdem haben die keine Armo mehr Weil das sind die Turrets die am ehesten auffüllen müssten I guess Ja Mh Wo ist denn der Pikachu? Pety, hinter dir, hinter dir, hinter dir Fliegt Drei Hits drin Ich bin ausge... Ach wegen, ich bin aus genug gegen Wasser Uff Ja, auf dem Stego Auf dem Stego Du kannst den Stego wahrscheinlich grabben einfach mit ihm drauf Ja, kann ich einfach Aber die gehen schon für ihn Und ob... Ich weiß nicht, ob ich da runter wegkomme Ja, alles Ja, egal Läufst du lieber nochmal neu hin Das ist so dumm Diese Mechanik Kann das sein, dass uns jetzt C-Paste ausgeht so langsam Keine Kraft und müssen Steintrauben Wir haben keinen Stein Das ist so ein anderes Ding Chasi, bist du da? Die haben doch ihre Turrets Fast auf alle auf Onlyplayer, oder? Ja Mietfarm Racer Habe ich auch schon überlegt Aber die sind halt ready zum Umbestellen einfach Die Frage ist, haben wir noch einen Dödi Oder hat Meno die jetzt vorhin da alle verrecken lassen? Wir haben noch welche Ja Unstehen welche Unser Mate Meno war bereits offline Und uns blieben nicht viele Stunden, bis der nächste von uns gehen muss Und dann ist leider auch noch Folgendes passiert Während Chasi und ich kurz Farmen gegangen sind Die Jungs kann man echt keine zwei Sekunden aus den Augen lassen Ja, ich hab... Ein Problem Warum? Ich bin Nock Und die haben mit... Ich hätte noch ein Tor auf und die haben wieder Gas genoten geworfen Jetzt hab ich 200 Ein bisschen Stego einfach noch Du musst ja drauf liegen bleiben Ja Wenn ich kann Ich hab ihn gefollowed Ist der Orway? Mann Ich hab schon Handcuffs an 500 Narkotiks im Inf Geht man einmal weg, ne? Könnt ihr nicht erschießen oder so? Ich hab nichts Ist keiner da, keine Fabi Wollen wir halt Polium Crystal holen Und unsere Aktionen sind jetzt aktuell wesentlich teurer als deren Die Aktionen können halt auch nicht mehr teurer sein, weil sie nichts mehr haben Wollte grad sagen Die haben halt... Ja, aber... Wir dürfen sie nicht nachfarmen lassen Wir dürfen sie aber gleichzeitig auch nicht zu lange verschnaufen lassen Irgendwie Also, to be honest Selbst wenn die nachfarmen Ist das glaub ich relativ Also... Ob die jetzt nachher... Ne, ich möchte nicht, dass die wieder die gute Flak anziehen dürfen Schlimm genug, dass der eine Typ von denen gute Flak anhat Ja, aber whatever Also selbst das ist halt relativ Wenn die keine Tames haben, können die halt auf kurz oder lang nichts tun Aber jetzt auch mal so eine frische Cap-Sniper-Loot wäre auch lustig Und nur richtig viel Dura Ja... Ja... Mal allgemeine Frage in die Runde Gibt es hier Leute, die sagen, es gibt irgendeine Deadline Oder es gibt irgendein Geschehnis, wo wir dann sagen Luke abgefeuert, wir gehen wieder Und bei den Tools-Bond quasi So ein Server-Crash wär doch cool Vielleicht kriegt man so Santic wieder Ja... Ja, der müsste aber schon eine Stunde zurückliegen Der Server-Crash Meine Deadline ist so kein bei 8 Uhr Na gut, also wenn du eine Deadline hast und Santic getripped bleibt, ist 8 Uhr unsere Gesamt-Deadline Also so ungern ich das abbrechen möchte, aber ich sehe uns noch nicht bis um 8 Uhr hier Ich sehe uns noch nicht bis um 8 Uhr hier So signifikante Turret So signifikante Turret-Cover zu haben, dass man sagt, man hat da grad irgendwie eine Chance Also solange die mit 5 von der Online bleiben und konstant weiter Rockets und Gasnades und alles werfen Ich stelle mir seit 3-4 Stunden vor, wie man da beim Tightly Brücke hochreht Und ein dickes Loch frontal reintritt Gut, die funktionieren Dann bin ich mal meine Tüle, um es aufzuhalten Na die Frage ist, ob man einfach sagt, man macht einen Abgang Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir bis 8 Uhr hier verändern sollen Wenn Roma sagt, um 8 Uhr ist Feierabend Ich glaub halt scheißegal wie lang Also... Wenn man jetzt 48 Stunden wach bleibt oder so, irgendwann müssen die auch mal schlafen Die Frage ist, schlafen die in den 2-Mann-Etappen Aber das waren auch Smalls, ich wollt grad sagen Dann auch Leute, die Smalls schon länger spielen Und ich glaub, je länger das geht, desto... Problematischer wird das für uns Und es halt auch die Frage, ob die Countshare Ich glaub, je länger das dauert, desto problematischer wird das für uns Potenziell eher, oder... Ja, dann nicht nochmal 304 verballern, sondern Verhandlungen beginnen oder so Ich mein... Die müssen sich neue Reognatas holen Die haben jetzt noch irgendwie 4 Argies oder 5 Vielleicht noch 2-3 PTs Die haben keine guten Stegos mehr Die haben kein Giga mehr Die haben kein Karcher mehr Ich mein, die werden sich Eier bei einem anderen Tribe holen gehen, aber Trotzdem müssen sie das erstmal ausbrüten Ich mein, die können sich halt Stego und so holen Und ändert trotzdem nichts, dass die hier bleiben Dass die noch Turrets haben und Turret-Ammo Und ohne Titan brauchen wir wahrscheinlich hier nicht nochmal einen Tanzen Dafür oder halt mit Tag-Tappe Ja, oder halt vernünftig... Tag-Tappe und Full-Mund-Squad Und nicht einer, der nach 2 Stunden zum Beispiel schon schlafen geht Und wir durchgehend lieven oder in Unterzahl sind Okay, Freunde, ihr habt's gehört Die Gegner sind stark geschwächt und werden uns so schnell nicht mehr nerven kommen Wir kommen hier aber gerade leider nicht weiter Santex sitzt im Gefängnis und das ohne Gefängnis-Freikarte Und wir gehen wieder nach Hause Auch wenn wir uns noch eine Revanche gewünscht hätten, kam es leider nicht mehr dazu Kurz nach unserem Besuch wurden sie scheinbar geofflinet Vielleicht haben sie auch einfach ihr Zeug verschenkt, weil sie auf den Wiederaufbau keinen Bock hatten Denn kurze Zeit später war die Base weg und der Tribe auf einem neu gewipten Smalls Und da sie hier nach wie vor nicht an das Ice-Kiff-Artefakt rankamen, haben sie vermutlich auch keine Zukunft hier gesehen Wir können also erfolgreich behaupten, wir bleiben Alpha Nun ging uns allerdings mit der Zeit auch die Motivation ein wenig flöten Daher kam es nach ein paar Wochen zu dem Schluss, wir geben unsere Base ab Lustigerweise gehen diese an einen Maid von KHZ und seinen Tribe Jetzt dürfen die auch endlich mal Alpha sein Kleiner Spaß am Rande, Kuss geht raus Alles in allem hat es super viel Spaß gemacht, auch wenn es unfassbar viel Zeit gekostet hat Aber mit der aktuellen Entwicklung von Asa haben wir einfach keine Lust 5 Monate auf eine neue Karte zu warten Bei mir auf dem Channel geht es nun die kommende Woche mit Ark of Small Asa Edition los Und das mit mehr Teams und mehr Perspektiven als je zuvor Wird richtig wild, freut euch drauf Bis dahin danke ich euch schon mal fürs Zusehen Und Santex, möchtest du auch noch was dazu sagen? Perfekt, der war by the way noch für 24 Stunden da weiterhin getrippt In diesem Sinne, haut rein ihr Sandenschnitten! .